Wir kennen diese Situation alle. Wir haben jemanden erst gerade neu kennengelernt. Man versteht sich super, man hat erstaunlich viel gemeinsam, kann sich wunderbar unterhalten, ist gerade so richtig im Gesprächteil und kann sein Glück kaum fassen, dass man einfach so super tolle Leute kennenlernen kann, bis... Taha, guck dieses hässliche Ding da drüben an, das ist so gay! Und man sitzt daneben und denkt sich... Nein! Warum? Warum du? Wir haben uns so gut verstanden. Wieso? Wieso? Hallo ihr lieben Nosyrosies! In diesem Video will ich ein paar Worte zu dem Phänomen sagen, wie das Wort gay in unser aller Alltag benutzt wird. Und zwar ist es nun mal leider so, dass die meisten Menschen nicht darüber nachdenken, wenn sie es benutzen und es daher in den völlig falschen Kontext setzen. Ist euch das mal aufgefallen? Also in 98% von Anfällen würde ich sagen, wird das Wort negativ verwendet. Das Interessante dabei ist, dass es nicht mal viel aussagt, ob diese Leute, die das eben im falschen Kontext benutzen, homophob sind oder nicht. Denn meistens, wie gesagt, denken sie einfach mal nicht drüber nach, wie sie es eigentlich gerade benutzen. Wenn ich die Leute darauf anstreiche, kriege ich meistens so diese Antworten, ja, aber ich meine es doch gar nicht so, warum ist denn das so schlimm überhaupt? Das ist ja eigentlich einfach nur, wie gesagt, ich meine es ja ganz anders, du weißt doch, wie ich zu diesem Thema stehe und so weiter. Wollte man das Wort in keinem anderen als genau zwei Kontexte verwenden, nämlich man nennt einen wirklich homosexuellen Menschen so oder man nennt irgendwie, keine Ahnung, eine Serie, ein Buch, was auch immer, gay, wo halt extrem viel Gayness auch enthalten ist. Mehr fallen mir gerade nicht ein. Bin allerdings offen für weitere Vorschläge eurerseits. Machen wir mal das Gegenbeispiel, es würde niemand sagen, das ist hetero und das ist hetero und das ist hetero oder keine Ahnung. Denn, naja, würde es einen Sinn ergeben? Nein. Die meisten Leute würden sagen, ja, er gibt ja auch keinen Sinn, wenn ich sage, das ist hetero, weil das Wort ist jetzt halt für die Sexualität gebucht und gut ist. Und eben genau das zeigt ja eigentlich, dass das Wort, oder sagen wir mal, dass die Heterosexualität vollkommen akzeptiert ist unter unserer Gesellschaft. Was ja auch irgendwie keine große Überraschung ist. Nun müsste man ja meinen, wenn die Homosexualität genauso akzeptiert wäre wie die Heterosexualität, würde das Wort gay ja auch keinen Sinn ergeben. Würde man es negativ verwenden? Hm, erstaunlicherweise wird das aber gemacht. Das heißt, Schlussfolgerung daraus, jedes Mal, wenn man das Wort gay in einem negativen Zusammenhang oder, sagen wir, für eine negative Sache verwendet. Und da streicht man eigentlich diese Nicht-Akzeptanz der Homosexualität. Wenn nun die Leute kommen und sagen, ja, hast ja irgendwie recht, aber ich meine es ja ganz anders. Also warum bist du so überempfindlich, was das Thema betrifft? Mal ganz davon abgesehen, dass es durchaus viel passendere Wörter gibt als gay. Es ist ja so, dass ich vielleicht weiß, wie du das meinst, weil ich dich kenne und weil ich deine Meinung wahrscheinlich dazu kenne. Bin ich vielleicht gerade im Moment so selbstbewusst genug, sagen zu können, ja, mir ist es egal, dann sag halt, was du willst. Es interessiert mich nicht, es berührt mich nicht. Um dich herum gibt es wahrscheinlich so viele ungeoutete Jugendliche, die gerade dabei sind, das zu akzeptieren. Oder denen es vielleicht unglaublich schwerfällt, zu akzeptieren, was sie sind. Du erschwerst ihnen das, indem du halt dieses Wort gay in diesen negativen Kontext mit reinziehst, dass es immer miteinander assoziiert wird. Wenn du vielleicht Homosexualität assoziierst und das alles überhaupt kein Problem für dich ist und du bist eigentlich total offen demgegenüber, macht sich das leider nicht bemerkbar. Ich jedenfalls finde nicht, dass jemand, der das Wort in diesem Kontext, im falschen Kontext vermeidet, als überkorrekt rüberkommt, sondern eher als empathisch und als jemand, der weit denkt und als jemand, der offen ist. Und das sind eigentlich so Eigenschaften, mit denen ich in einer anderen Person sympathisieren kann und nicht das Gegenteil. Wie reagiert ihr denn, wenn jemand jetzt in eurer Gegenwart eben sagt, Das ist so gay. Das ist gay und das ist gay. Warum jetzt gay? Ich meine, was hat das damit zu tun? Oder wie hast du das jetzt gemeint? Weil man das jetzt halt so sagt heute. Was macht ihr? Ich jedenfalls finde es verdammt schade, dass das so oft mir eigentlich die Sympathie zu jemandem kaputt macht, weil mir das echt schon öfter passiert ist. Naja, es ist einfach schade. Soviel zum Schlusswort. Habt ihr irgendwelche Themenwünsche? Soviel zum Schlusswort. Dann wünsche ich euch einen schönen Freitag, letzter Tag von der Woche. Genießt. Soviel zum Schlusswort. Bald habt ihr es geschafft. Soviel zum Schlusswort. Und tschüss. Soviel zum Schlusswort. Soviel zum Schlusswort.